Katja, Sascha und ihre Hündin Wilma kommen jetzt schon seit einigen Jahren in der Finchgau. Sascha, erinnerst du dich noch, warum ihr euch das erste Mal für den Finchgau entschieden habt? Ja, das erste Mal entschieden haben wir uns aufgrund von Empfehlungen, weil der Finchgau viele Sonnenstunden hat, das Wetter immer schön ist, das Klima sehr angenehm ist und weil wir halt Wanderfreunde sind und hier sehr, sehr viele Möglichkeiten zu wandern sind, gerade auch mit dem Hund. Und ihr kommt jetzt ja schon einige Jahre. Warum immer wieder in den Finchgau? Es gibt viele schöne Orte auf der Welt, warum kommt ihr aber immer wieder nach Goldrein in den Finchgau? Wir haben in Finchgau noch lange nicht alle Wanderwege abgegrast. Wir haben so viele Möglichkeiten mit dem Hund zu wandern, Höhenwanderung mit dem Hund zu machen, geführte Wanderungen zu machen. Und warum immer wieder in die Residenz Obstgarten? Ja, natürlich erst mal wegen euch, dann wegen der zentralen, ruhigen Lage mitten in den Obstwiesen. Wir haben hier einen super Ausgangspunkt für alle Wanderungen. Es ist auch einfach die Leichtigkeit hier anzukommen, man ist sofort im Urlaub, man hat eine familiäre Atmosphäre, die Ferienwohnungen sind klasse geschnitten und das macht es einfach aus, warum wir immer wieder zu euch kommen. Okay, danke euch und morgen eine gute Heimreise.